Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer Call-of-Duty-Einheit wegen eines Verbrechensvorzeits, das sie nicht begangen haben. Sie formierten sich neu und tauchten im Internet unter. Seitdem werden sie von anderen Clans gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht ganz so ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also, wenn sie einmal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.